Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Hallo zusammen. Schön, dass ihr den Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Heute ist wieder Traumwetter. Ah ja, die letzten Tage hat es geregnet oder es war bewölkt. Heute scheint mal wieder über den Europa-Park und Baden-Württemberg die Sonne. Und heute möchte ich euch mitnehmen, dass es in den letzten Tagen geregnet hat. Einfach mal quer durch den Europa-Park. Verschiedene Sachen, bei denen ich schon lange nicht mehr war. Hier sind wir im Eingangsbereich, im Kassenbereich. Dann möchte ich euch mitnehmen. Wir laufen durch die Deutsche Allee. Dort treffen wir alte Bekannte wieder. Lasst euch überraschen. Es ist wunderschön. Dann laufen wir weiter Richtung Silverstar. Und dort betreffe ich eine alte Bekannte, die den Walters Wurstbude gemanagt hat. Und dann gehen wir weiter Richtung... Lass mich überlegen, was machen wir danach? Ja, ich möchte euch mitnehmen. Da war ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. In das Cinema, in das 4D-Kino. Da sind auch ganz liebe, nette Leute. Die haben mich reingelassen. Natürlich bis auf den Film. Dürfte ich mal reinfilmen. Dann könnt ihr sehen, wie es dort aussieht. Wunderbar. Und jetzt... Ah ja! Poseidon! Poseidon nehme ich euch noch mit. Guckt es euch an. Es ist immer so schön. Das Möwengezwitscher. Und... Wie die Leute durch das Wasser... Ich wäre beinah nass geworden. Okay. So. Dann nehme ich euch jetzt mit. Hier im Eingangsbereich. Hallo. Haha. Ist eine ganz liebe. Ja, hallo. Und dann gehen wir weiter. Okay. Manchmal ist die Sonne... Morgens ist das nun mal so. Volles Gegenlicht. Und dann gibt es so Streifen. Ich kann leider nichts machen. Okay. Hier. Ach. Es raucht wieder. Okay. Jetzt habe ich schon fünfmal okay gesagt. Ich lasse es okay jetzt. Also gut. So. Ach ja. Jetzt hätte ich beinahm wieder okay gesagt. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Alles gut? Perfekt. Immer schön. Ja, wenn es nicht regnet, gell? Ja. Okay. Aber heute keine Haken. Gott sei Dank. Der Sonne wird scheinen den ganzen Tag. Genau. Und dann noch einen schönen Tag wünsche ich. Tschüss. Tschüss. Ach ja. Immer wieder schön. So. Hier ist hier wieder die Euromaus. Ah ja. Okay. Ich sage schon wieder okay. Es tut mir so leid. Ach süß. Schaut mal an. Da vorne ist wieder der Stand. Ich habe ja gesagt, gestern habe ich mir wieder Popcorn Schoko holen müssen. Oh. Haben wir ein Glück. Der EP Express. Schön. Ein schönes Bild mit dem blauen Himmel im Hintergrund. Am Morgen die Sonne scheint. Ist das nicht schön? Ja. So lässt sich Urlaub genießen. Und für die Gäste ist es auch schön. Die Kürbisse. Ich glaube sie sind jetzt alle drin. In Spanien habe ich dieses Jahr noch gar keins gesehen. Oh. Poseidon. Ja. Fantastisch. Schön. Dann blicken wir nochmal nach rechts. Kommt noch einer. Wer hat hier die Löwen? Ach ist das süß. Toll. Ah. Der Wasserfall. Ah. Jetzt hätte es mich beinah voll erwischt. Okay. Und ich sage wieder okay. Okay. Wir haben zwei, drei Abonnenten geschrieben. Ich sage zu oft okay. Gut. Dann ist das mein Manko. Okay. Ist das gut. So. Schauen wir mal. Ja ist das toll. Ah. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Ich hatte mir vorne eine Tasse Kaffee. Nein. Ja ist das. Ich bin ganz riesig. Je ones hier 然後 slopei. Wir brauchen dieестеrale von Neufang. Drei nicht fertigiquelt auf Tr teve. Und da sind richtig. Nur sie kriegen auch mal aus. Bis zum nächsten Mal. Ach, hallo. Schau mal, wer da ist. Hallo. Da komm ich rum. Ich komm rum. Ach, schau an. Alte, bekannte. Die war vorher im Schwarzwaldhaus. Schön. Dann schauen wir mal. Muss ich mich anstellen? Muss ich Hallo sagen? Das ist ja schön. Schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Dann mache ich mal eine kurze Pause. Hallo. So, das ist, wenn man alte Bekannte trifft. Schön. Dann gehen wir mal hier weiter. Beim Silver Star und beim Camp Coast. Hier scheint nicht viel los zu sein. Okay. Ah, schau her. Wisst ihr, wie sonst die Schlange voll ist? Heute hält es sich wirklich wieder in Grenzen. Okay. Dann sage ich danke fürs Anschauen. Martin. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal eingeschaltet habt. Ich freue mich. Dann schauen wir mal. Wie sieht es denn aus? Happy Family 4D. Ganz neu. Nehme ich euch einfach mit. Ah, hier geht es rein. Guten Morgen. Guten Morgen. Habe mich gefreut. Darf ich filmen? Ja, das ist ja ganz lieb. Guten Morgen. Hallo. Und, wie läuft? Alles zufrieden gut. Dann laufe ich mal kurz rein, wenn ich darf. Das ist ganz lieb. Dann bis gleich. Tschüss. So, schaut es euch an. Ah, hier war ich noch nie drin. Das ist ja mega. Schön. Was ich nicht vergessen möchte. Ich habe eine ganz liebe Familie aus Recklinghausen aus dem Ruhrgebiet heute wieder kennengelernt, die mich erkannt haben an der Stimme. Ich sage viele liebe Grüße. Kommt gut nach Hause. Martin.